Objekte ausrichten Für das schnelle Ausrichten von Texten, Fotos und Objekten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Alle Werkzeuge dazu findest du im Bereich Anordnen rechts oben. Einfaches Zentrieren von Fotos oder Texten kannst du mit den Funktionen Objekte vertikal oder horizontal zentrieren, im Bereich Objekte zueinander ausrichten, umsetzen. Möchtest du Inhalte ganz genau platzieren, verwende die Funktion hinter dem Schraubenschlüssel. Hier arbeitest du mit Zentimeterangaben. Zum einfachen Ausrichten auf einer Höhe oder genau untereinander verwendest du die magnetischen Hilfslinien. Mit einem Klick aktivierst du. Jetzt werden die Objekte beim Verschieben an die Hilfslinie angezogen. Das macht das Ausrichten zum Kinderspiel. Wenn du deine Seiten layouten möchtest, empfiehlt sich ein Hilfsraster. Auch das kann ein- bzw. ausgeblendet werden. Hier kannst du deine Inhalte an den Linien anlegen und so gleiche Abstände zum Beispiel zum Rand oder zur Buchmitte festlegen. Sollen gleich mehrere Objekte ausgerichtet werden, empfehle ich folgenden Weg. Zuerst markierst du alle Objekte. Ziehe einen Rahmen mit gehaltener linker Maustaste. Mit den Werkzeugen Objekte zueinander ausrichten können nun alle Objekte, zum Beispiel nach oben oder nach unten, nach links oder rechts ausgerichtet werden. Sollen dann auch noch die Abstände zueinander gleich groß sein, verwende gleich die Werkzeuge Objekte angleichen und verteilen. Tipp. Solche selbst erstellten Layouts lassen sich speichern und wiederverwenden. In der Ansicht rechts unten findest du im Bereich Anordnen die Layout-Sonderfunktionen. Wähle hier Layout speichern. Zuerst markierst du alle Objekte ausgerichtet werden.